Herzlich Willkommen an der Johann Philipp Bronner Schule. Wir vereinen unter einem Dach vier Schularten Berufsfachschule für Wirtschaft, kaufmännisches Berufskolleg, Wirtschaftsgymnasium und kaufmännische Berufsschule. An der Bronner Schule lernen die Schüler die wirtschaftlichen Abläufe anhand praxisnahe Beispiele. Dazu gehören unter anderem Planspiele sowie auch eine einzigartige Unternehmenssimulation, bei der unsere Schüler in Kooperation mit der Lernfabrik 4.0 realitätsnahe ein Unternehmen steuern. Durch praxisorientierte Projekte ist die Bronner Schule mehr als nur Unterricht. Die Größe des Berufsschulzentrums Wiesloch ermöglicht es der Bronner Schule eine bunte Vielfalt an Sprachen anzubieten. An der Johann Philipp Bronner Schule legen wir großen Wert auf moderne Ausstattung, wie auch praxisorientierten und interessanten Unterricht, um unseren Schülern Spaß beim Lernen zu ermöglichen. Nicht die trockene Theorie, sondern die knallige Praxis macht uns zu mehr als nur Schule. Ein attraktives Umfeld sorgt für eine gute Lernatmosphäre und lädt zum Entspannen zwischen den Lerneinheiten ein. Durch die unmittelbare Nähe zum S-Bahn und ICI-Bahnhof Wiesloch-Walldorf ist die Bronner Schule bestens zu erreichen. Es existiert ein großer Parkplatz, der von Schülern kostenlos benutzt werden kann. Ein dichtes Fahrradwegenetz führt aus der Umgebung direkt ins Wieslocher Schulzentrum. Ein überschaubares und hochmotiviertes Lehrerkollegium hält alle Schülerinnen und Schüler im Blick und garantiert eine gute Betreuung. Dies spiegelt sich in einer Vielzahl von außergewöhnlichen Angeboten während und außerhalb der Unterrichtszeit wieder. Durch die individuelle Förderung wie den Mathe-T ist die Bronner Schule mehr als nur Schule. Zum Beispiel können unsere Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht in dem schuleigenen Fitnessraum trainieren und einen sportlichen Ausgleich finden. Sport an der Johann Philipp Reuner Schule ist dank eines eigenen Fitnessraumes mehr als nur langweiliges Turnen. Die unmittelbare Nähe zu verschiedenen weltweit agierenden Unternehmen im Rhein-Neckar-Kreis ermöglicht es uns, spannende Kooperationen für unsere Schüler anzubieten. An unseren beliebten K-Tagen am Anfang des Schulbeginns lernen sich die Schüler untereinander wie auch die Lehrer kennen. Dies legt den Grundstein für eine motivierte und freundliche Lernatmosphäre in den folgenden Jahren am Wirtschaftsgymnasium oder Berufskolleg. Und genau deshalb sind wir mehr als nur Schule. Wenn du also Lust hast nach deiner Haupt-, Gemeinschafts-, Realschul- oder Gymnasialzeit zu uns zu kommen und mehr als nur Schule zu erleben, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gott, bitte. Vielen Dank.